Und da sind wir auch schon im dritten Musiklevel, nämlich dem Itarero-Bürgel. Und ich glaube, ja doch, da werde ich auch bestimmt ein, zwei oder dreimal sterben. Aber das werde ich jetzt in der Nähe sehen. Musik Musik Yay, haben wir es eingeschärft. Das war doch gar nicht so schwer, aber immer wenn ich das Level wieder nach etwas längerer Pause mache, sterbe ich an dieser einen Stelle, werdet ihr gleich sehen. Und auch relativ viel eingesehen, okay. So kann das gerne weitergehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Level. Oh man, an der Stelle sterbe ich immer. Ich werde natürlich das Level von vorne beginnen. Ach. Da muss ich schlagen, ich Idiot. Und nochmal. Bye.